Peer kastiert, aber es 2-0 Er ist 2-2 1-2, er endet mal Johnny Strand, der ja gar keine Ahnung, was das im Tor war 8-2 Ich bin schon wieder aus Outbacked, Jungs, aber diesmal auf der Weltkaster Welche Schwierigkeit bist du? Digga, wer denn? Welchen? Welche Schwierigkeit? Gerade spiel ich Weltmeister Was, Manni? Ich steh 7-1 in der Quali gerade Ja, Ölersau Worauf ist Quali bei dir so... Digga, meine Quali games sind übel verölt 9-2